Willkommen zu unserem Format der Aktienscreener. Heute gehen wir der Frage nach, ob einer der größten Goldproduzenten aktuell ein Kauf ist. Ja, ich möchte euch heute ein Unternehmen vorstellen, das sicherlich jedem ein Begriff sein dürfte, da es sich um einen der führenden Goldproduzenten handelt, mit dem aber in den letzten knapp zehn Jahren zumindest als Buy-and-Hold-Anleger nicht wirklich viel Geld zu verdienen war. Auf das Unternehmen wurde ich anhand unseres Tools Aktien-Rankings und mit unserem Template Value-Aktien aufmerksam. Anhand dieses Templates befindet sich das Unternehmen auf Platz zwei. Mit dem Value-Aktien-Template identifizieren wir Aktien mit niedrigen KGVs, niedrigen KOVs oder hohen Dividendenrenditen. Bei den sogenannten Value-Aktien gibt es Unsicherheiten darüber, wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren entwickeln wird. Aber genau deshalb lauern hier auch große Kurschancen mit einem Zeithorizont von ein bis drei Jahren. Bei unserem Template haben wir, um nicht in eine Value-Trap zu geraten, als Sicherheitskriterium folgende Kriterien eingebaut. In den letzten fünf Jahren muss sowohl der Gewinn als auch das Eigenkapital gestiegen sein, die Verschuldung, die muss niedrig sein und das Fremdkapital wird mit 20 Prozent berücksichtigt. Die Gewinnerendite wird mit einer Gewichtung von 80 Prozent überdurchschnittlich berücksichtigt. Wie ich auf das Unternehmen, welches wir uns gleich ansehen werden, aufmerksam wurde, zeige ich euch jetzt. Zuerst melde ich mich bei www.traderfox.de an, dann wähle ich das Tool Aktien-Rankings aus. Grundlage dieses Tools ist die Datenbank von Morningstar. Über 15.000 in Europa und den USA gelistete Aktien können damit untersucht werden. Unser Screening bezieht sich heute jedoch nur auf die 500 größten US-Aktien. Ich gehe jetzt mal auf das Template Value-Aktien, das habe ich ganz unten, lade das Template. Ihr seht, es ist alles voreingestellt. Ich muss also hier nur noch auf Scannen drücken und schon werden wir die aktuell 52 in Frage kommenden Aktien angezeigt. Wie ihr seht, auf Platz 1 befindet sich Contra Resources und auf Platz 2 Barrick Gold, über das wir heute reden werden. Barrick Gold ist neben dem Newmont Mining Konzern der größte Goldkonzern der Welt und hat seinen Sitz in Toronto in Kanada. Das Unternehmen betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte unter anderem in den USA, in Kanada, Afrika und Südamerika. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Im Januar 2019 fusionierte das Unternehmen mit dem Konkurrenten Randgold Resources Limited. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 35 Milliarden US-Dollar beschäftigt insgesamt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Barrick Gold ist im Sektor Basic Materials und der Goldbranche zuzuordnen. Barrick Gold gehört außerdem zu den 60 größten kanadischen Unternehmen. Kommen wir zum Geschäftsmodell und den Segmenten. Das Geschäftsmodell von Barrick Gold ist leicht nachvollziehbar. Als Bergbauunternehmen ist es ständig auf der Suche nach geeigneten Abbaugebieten für Gold und Kupfer. Er schließt diese, baut dann das Kupfer und das Gold ab und verkauft es weiter. Dabei wird das Gold hauptsächlich als Goldbarren auf dem Goldspotmarkt verkauft und das Gold und das Kupferkonzentrat wird an unabhängige Schmelzunternehmen verkauft. Durch die Fusion von Barrick und dem Goldproduzenten Randgold am 1. Januar 2019 entstand neben Newman der größte Goldproduzent der Welt mit nun fünf Tier 1 Goldminen. Dabei sind Tier 1 Minen die Crème de la Crème der Minen, denn das bedeutet, dass diese Minen mindestens ein Jahrzehnt eine Jahresproduktion von 500.000 Unzen produzieren und relativ niedrige Produktionskosten haben. Insgesamt besitzt das Unternehmen 13 produzierende Goldminen und eine Kupfermine in Sambia sowie Beteiligungen an Kupferminen in Chile und Saudi-Arabien. Wie in der Abbildung hier zu sehen, macht Gold aktuell 90% der Umsätze aus. Kupfer trägt bislang nur einen bescheidenen Teil dazu bei, was sich allerdings früher oder später ändern könnte. Der CEO von Barrick Gold, Mark Bristow, will den Kupferanteil mittelfristig stark erhöhen, da er langfristig sehr großes Potenzial im Kupfer sieht. Seiner Meinung nach wird Kupfer eine bedeutende Rolle in Bezug auf die Elektromobilität einnehmen. Werfen wir noch einen Blick auf die geografische Verteilung, dann sehen wir, dass knapp die Hälfte des Umsetzes aus politisch sehr stabilen Regionen stammt. Kommen wir zum Management. Wenn man von Rundgold spricht, muss gleichzeitig auch über Mark Bristow gesprochen werden. Dieser leitet seit Anfang 2019 Barrick Gold und war vorher selbst CEO des übernommenen Unternehmens Rundgold. Dabei wird Bristow gern als knallharter und draufgängerischer Südafrikaner beschrieben, der gerne die Branche aufwirbelt. Aufgewirbelt hat er bislang aber auch Barrick Gold. So hat er seine Versprechen, die er als neuer CEO gegeben hatte, bereits jetzt so gut wie alle erfüllt. Abbau der Verschuldung, Reduzierung der Kosten der Hauptverwaltung und Verkauf von Vermögenswerten. Dies gelang ihm unter anderem durch den Abbau von fast 100 Stellen in der Hauptverwaltung in Toronto sowie dem Austausch beinahe des kompletten Management-Teams. Weiter wurden Vermögenswerte im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar verkauft und ein Joint-Venture mit dem Konkurrenten Newmont Corporation wurde eingegangen. Die Verschuldung wurde reduziert, sodass wir jetzt ein solides Fundament haben, auf dem wir aufbauen können und die wahrscheinlich stärkste Bilanz in der Goldindustrie. So Bristow. Wenn der Goldpreis bei etwa 1.500 US-Dollar pro Unze bleibt und wir dieselbe Art von freiem Cashflow wie 2019 erzielen, dann werden wir bis Ende 2020 eine Nettoverschuldung von Null haben. Auch das sagte Bristow. All diese Maßnahmen kamen bislang an der Börse sehr gut an. Seit dem Amtsantritt von Bristow legte der Kurs um über 70 Prozent zu, was allerdings auch an dem seither steigenden Goldpreis liegen dürfte. Nichtsdestotrotz scheint ein CEO wie Bristow dem Unternehmen gut zu tun und das sollte sich in 2020 weiterhin positiv auszahlen. Aktuell hält Bristow etwa 5,5 Millionen Anteilsscheine an Barrick, was in etwa 110 Millionen US-Dollar entspricht. Weiterhin ist unter anderem mit VanEck und Capital Research großer institutioneller Support vorhanden. Kommen wir zu den Kennzahlen. Wie hier in der Abbildung zu sehen, geht die Verschuldung des Unternehmens kontinuierlich zurück. Dies ist für ein Unternehmen in einer kapitalintensiven Branche eher ungewöhnlicher, aber umso erstaunlicher. Und so könnte es tatsächlich, wie Bristow gesagt hat, so weit kommen, dass das Unternehmen bis 2020 eine Nettoverschuldung von Null aufweist. Dies würde natürlich einen umso größeren Spielraum für neue Übernahmen, insbesondere im Kupferbereich, schaffen. In den letzten Wochen war immer wieder gemunkelt worden, Barrick könnte Freeport McMorran übernehmen. Bisher sind dies aber nur unbestätigte Gerüchte. Die letzten Zahlen zum vierten Quartal fielen insgesamt sehr gut aus. So konnte die Goldproduktion im Vergleich zum Vorquartal um etwa 10 Prozent zulegen. Dabei wurden insgesamt 1,44 Millionen Unzen Gold produziert. Der durchschnittliche Verkaufspreis im vierten Quartal hatte laut Unternehmensangaben bei 1.481 US-Dollar je Unze gelegen. Und auch beim Kupfer ging die Produktion nach oben und stieg um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Kosten sollen gleichzeitig etwa 7 Prozent unter dem Vorquartal liegen. Für das Gesamtjahr liegt die Produktion bei 5,5 Millionen Unzen und somit am oberen Ende der Prognose von 5,1 bis 5,6 Millionen Unzen. Die Kupferproduktion liegt mit 432 Millionen Pfund ebenfalls über den Schätzungen von 375 bis 430 Millionen Pfund. Bei einer Investition in Barrick Gold ist es wichtig zu begreifen, dass es sich hierbei um ein stark zyklisches Unternehmen handelt. Wenngleich das Unternehmen aktuell über ein sehr starkes Management verfügt, darf nicht vergessen werden, dass die Kursentwicklung bei Barrick immer auch vom Gold abhängt. Sollte der Goldpreis drastisch nachgeben, dürfte dies überdurchschnittlich stark den Kurs belasten. Wie wir hier in der Abbildung sehen können, schwankten über die letzten Jahre die Margen, die Gewinne und Umsätze stark, wobei immer mal wieder auch ein operativer Verlust zu beobachten war. Angesichts eines aktuell guten Free Cash Flows von 1,132 Milliarden US-Dollar bei einem Rekordumsatz in 2019 von 9,7 Milliarden US-Dollar und stetig sinkenden Schulden, würde ein erneutes Verlustjahr für Barrick Gold allerdings keine Probleme darstellen, zumal die Produktionskosten von Barrick Gold bei nur 765 bis 815 US-Dollar gefein und zähligen, womit Barrick eine der niedrigsten Quoten unter den großen Produzenten aufweist. Die starke Zyklik muss aber bei einer Anlage unbedingt berücksichtigt werden. Der AAQS-Square von Jonathan Neuscheler vergibt nur 4 von 10 Punkten. Das ist kein wirklich guter Wert. Wenn wir aber wissen, dass der AAQS-Square Punkte für Kontinuität vergibt, ist es natürlich klar, dass ein zyklischer Wert wie Barrick Gold hier nicht gut abschneidet. Grundsätzlich ist dies nicht schlecht. Es ist aber wichtig, darauf zu achten. Und das ist auch der Grund, warum ich euch den AAQS-Square hier zeige. Einen zyklischen Wert handelt man anders als einen Qualitätswert, eine Qualitätsaktie. Wie wir später noch sehen werden, korreliert Barrick Gold relativ stark mit Gold. So ist es grundsätzlich klug, eine Aktie wie Barrick Gold dann zu verkaufen, sollte der Goldpreis auf neue Höchststände ziehen. Beim EBIT-Wachstum auf Sicht von drei Jahren sowie bei der Renditeerwartung, die ja eine Kombination aus EBIT-Wachstum und Free Cashflow-Rendite ist, fehlen die Werte. Ausgehend von einem Free Cashflow im Jahr 2019 von 1,132 Milliarden US-Dollar und einem geschätzten EBIT-Wachstum für das laufende Jahr von 10 Prozent, kämen wir auf eine Renditeerwartung von etwa 13 Prozent. Allerdings sollte dieser Wert nur als Anhaltspunkt gesehen werden, denn wie der Cashflow, so schwankt auch das EBIT relativ stark, wie wir oben ja bereits gesehen haben. Kommen wir zu den Wachstumsaussichten. Bei einem Goldproduzenten hängt das Überleben stark davon ab, wie lange die vorhandenen Minen ausgebeutet bzw. wie schnell neue Minen erschlossen werden können. Aktuell besitzt das Unternehmen, wie wir wissen, fünf Tier 1-Minen. Eine davon ist die Kibali-Mine im Kongo. Die Mine gilt als Vorzeigemodell, da sie zum Großteil automatisiert ist und ein eigenes Trainingcenter besitzt, in dem die Arbeiter geschult werden. Dies ist langfristig gesehen sehr gut, da so höhere Produktionsziele erreicht werden können. Wie Bristow erst kürzlich mitteilte, ist Kibali nicht nur auf Kurs, das zehnjährige Produktionsziel zu erreichen, sondern es deutlich zu übertreffen. Neben den bereits produzierenden Minen hat Barrick einige weitere Projekte am Laufen, wobei hier zwei potenzielle Tier 1-Minen dabei sind. Dabei handelt es sich um Veladero in Chile und Porgera auf Papua-Neuguinea, die in den kommenden Jahren übrigens in Produktion gehen sollten. Weiteres Wachstum kann natürlich zudem durch die entstehenden Synergieeffekte bezüglich der Fusion mit Randgold und dem Joint Venture mit Newman gesehen werden. Und selbstverständlich wird sich Barrick Gold natürlich nicht ausruhen. Neue Übernahmen werden nur eine Frage der Zeit sein. Ein weiterer Wachstumsmarkt, der auch aufgrund der fortschreitenden Elektromobilität langfristig viel Potenzial bieten dürfte, ist die Ausweitung der Kupferproduktion, die unter dem CEO Mark Bristow ja nun stark forciert wird. Nun schauen wir uns noch die Kursentwicklung an. Die letzten fünf Jahre lief der Chart zwar seitwärts, allerdings in einer sehr breiten Range. Ausgehend von den Tiefs in 2015 hat die Aktie immerhin schon wieder etwa 200 Prozent zulegen können. In dieser Woche wurde der Widerstand bei etwa 20 US-Dollar durchbrochen. Der nächste Widerstand befindet sich im Bereich von 25 US-Dollar, der nun schnell angelaufen werden könnte. Wie zu sehen, korreliert der Chart von Barrick Gold beinahe 1 zu 1 mit dem Gold-Chart, den wir jetzt hier sehen, obgleich die Barrick-Aktie die Bewegungen des Goldes wesentlich ausgeprägter abbildet. Im Tief Ende 2015 befand sich Gold bei etwas unter 1.100 US-Dollar und konnte seither etwa 50 Prozent zulegen, die Aktie von Barrick Gold hingegen um knapp 200 Prozent. Geht man von der Annahme aus, dass Gold in den nächsten Jahren noch weiter steigt, wäre meines Erachtens die Barrick Gold-Aktie ein schönes Hebelprodukt. Sollte Gold seine Höchststände von 2011 2012 im Bereich von 1.900 US-Dollar in nächster Zeit wieder anlaufen, konnte Barrick Gold davon überproportional profitieren und ein Kurs von 50 US-Dollar wie in 2012 scheint dann sicher möglich zu sein. Gleichzeitig muss klar sein, dass hier nicht die Frage aufgeworfen werden soll, worin soll ich denn jetzt mein Geld anlegen in Gold-Aktien oder in physischem Gold? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Während physisches Gold zur langfristigen Absicherung dienen und am besten auch nicht mehr verkauft werden sollte, sind Gold-Aktien für eine kurz- bis mittelfristige Anlage geeignet, aber aufgrund ihrer Zyklik sollten sie meiner Meinung nach nicht langfristig gehalten werden. Ja, um keine Webinaraufzeichnungen und Videos mehr zu verpassen, abonniert doch jetzt unseren YouTube-Kanal und drückt das Glockensymbol. Damit bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn von uns ein neues Video erscheint. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Darüber freue ich mich wie immer sehr. Und nun wünsche ich euch einen guten Start in die kommende Woche. Bis bald, sagt Andreas Haslinger.